Was war das Traumatisierendste, das euer Lehrer je zu euch gesagt hat? Du bist doch auch selbst schuld, wenn du nicht so introvertiert wärst und dich anderen mehr anpassen würdest, würden die dich nicht so mobben. Bin in einem Messie-Haushalt aufgewachsen und zwei Lehrer haben mich immer vor versammelter Klasse Stinky oder Stinker genannt. Bruder, unsere Badewanne war voll mit verschimmelten Töpfen und schmutziger Wäsche. Ich konnte nichts dagegen machen. Daran nage ich heute noch ein wenig. Du stehst zwar auf einer 4,4 nach den Arbeiten, aber ich habe mit deinen anderen Hauptfachlehrern gesprochen, bei denen du eine 2 hast. Deshalb habe ich mich entschlossen, um dich zu motivieren und zu zeigen, dass es so nicht weitergeht, eine 5 in Französisch zu geben. Hat meine Lernmotivation in Französisch für Jahre beendet. Du wohnst doch in XYZ. Da gibt es Wald und Felder, in denen man joggen gehen kann. Du bist einfach zu dick. Sportlehrerin zu mir vor der versammelten Klasse, weil ich den Hüftaufschwung am Turnbarren nicht geschafft habe. Ich habe den Hüftaufschwung, meine ganze Schulkarriere lang nicht geschafft und sehe aus wie Slenderman. Was eine dämliche Lehrerin. Hat mich und meine Freunde Zweckgemeinschaft genannt, im Kern hatte er natürlich aus heutiger Sicht recht, aber das hat mich damals echt getroffen. Aus dir wird später mal nichts. Ja, okay, Frau XYZ. Danke für diesen produktiven Lebenstipp. Würde ich diese Lehrerin sehen, würden alle kindlichen Jugenddenkweisen aus mir rauskommen und ich würde ihr zeigen, wie ich mehr als sie verdiene. Blöde Kuh. Ich war 13 und damals noch etwas pummelig, aber auch deutlich frühpubertär. Ich hatte schon Kurven, wo andere noch strichgerade waren. Meine eine Freundin war ähnlich unglücklich dran. Sie war allerdings ein Jahr älter, auch eher frühpubertär und hatte mehr Gewicht. Soweit zum nötigen Kontext. Ich musste eine Präsentation halten und vor der ganzen Klasse stehen. Meine Freundin hat den Part des PowerPoint-Managers übernommen und stand also auch mit vorn am PC. Die ganze Präsentation war ein absoluter Reinfall, weil ich so eine grausam lähmende Angst hatte, dass ich das eigentlich nicht machen konnte, hatte mich deshalb nur schlecht vorbereiten können und alles daran war halt echt beschissen. Deshalb musste ich zu einem größeren Nachgespräch mit dem Lehrer, als es üblich war. Weil für meine Leistung konnte man mir quasi keine Note geben. Der Lehrer hat mir dann ein paar Tipps gegeben, was ich fürs nächste Mal besser machen sollte. Seine exakten Worte weiß ich nicht mehr, aber er meinte sowas wie, ja, es sah halt lustig aus, wie ihr beide da vorne wie so Zwillinge standet. Der hat sich darüber lustig gemacht, dass zwei übergewichtige, typubertäre Mädels zusammen vor der Klasse standen. Da bin ich natürlich mit einem supertollen Gefühl aus der Präsentation gegangen, nicht, dass sie das Gefühl aus der Präsentation gegangen sind.